Willkommen zurück zu Dead Space. Ähm, das wird erstmal vorübergehend die letzte Folge sein, denn ich habe den Anschein, dass sich niemand für Dead Space mehr interessiert. Ich hatte ja hier eigentlich gebeten oder gefragt, ob jemand mir helfen kann oder mir sagen kann, wie ich hier weiterkomme. Da ich jetzt aber durch das Internet herausgefunden habe, wie es weitergeht, ja, werde ich halt nur noch da spielen, nämlich ich muss hier nach draußen gehen. Ich muss hier zwei Sachen zerstören. Aua, was war das denn jetzt? Hä? Sie kriegen Schaden? Von was denn? Ist das sein Ernst? Er wird nur live getroffen und stirbt? Ja, das Problem ist, ich habe die andere Waffe nicht mehr. Eintritt, Schwerelosigkeit. Eintritt, Schwerelosigkeit. So, wo war was nochmal? Ich weiß, hier sind irgendwo zwei. Ah, ich wurde von dir angegriffen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber da ist der andere. Das war's für heute. Das war's für heute. Dahin komme ich jetzt nicht, wa? Doch. Ah! Gut, dann habe ich das jetzt hinter mir. Ich bin aber trotzdem blöd. Ich habe keine Munition mehr, quasi. Und wahrscheinlich kommen jetzt wieder Gegner. Gut, dass er gleich mit einem Schlag erledigt ist. Und gut, dass er was zum Heilen hatte. Okay. 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 Das Abendessen wird in 10 Minuten im Speisesaal serviert. Was? Ach, hier ist doch ein Shop. Und ich war noch kurz vor der Aufnahme noch hier gewesen. Egal, dann habe ich das jetzt. Das Problem ist, ich habe erstens nicht die Credits dafür. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Was? Ja, kann ich verkaufen. Ach, jetzt drücke ich schon wieder die falsche Taste. Ich frage mich, ob man auch in den Shop gehen kann, weil man angegriffen wird. Das müsste erstmal reichen. Ach so, das war das. Ah! Dammit! Also nochmal reingehen. Ich habe sowieso noch kaum Credits durchgerade. so. Es war mir irgendwie klar, dass ich jetzt da lang gehen muss. Das war schon das letzte Mal offensichtlich. Ich nehme einfach mal das erste wieder. Kann ich da irgendwas erneuern? Was ist das denn viel Geräusch? Ich glaube, es ist besser, wenn ich den jetzt mal weiter upgrade. Ja doch, habe ich sonst auch immer gemacht. Was ist das denn? Ich fühl mich nicht ab. Ah! Oh! 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 Ach, Herzinfarkt des Todes! Alter, ich dachte, es wäre einfach nur wieder ein Hintergrundgeräusch gewesen. Oh! Aber wo kam der denn her? Oh nein. Ah, ich darf zurückgehen. Ich gehe einfach nicht mal durch. Ah, ich gehe aus. Ah, ich gehe von dir. Aber wer ist das? Und zwar der Necromorph nett gewesen und hat gewartet. Gut, es kam kein Gegner. Dann werde ich jetzt zum dritten Mal hier drauf speichern. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Ich habe ja nichts anderes zu tun, als hoch und runter zu fahren. Hier sind sonst nichts mehr. Ach, hier war ich glaube ich auch schon, wa? Ja, es sieht danach so aus. Ja stimmt, hier war ich auch schon. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal sendet über Breitband. Hab nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu. Als ob alles in Ordnung wäre. Okay, der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Mann, Alter! Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Er ist doch an. 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 Das ist einfach an. Quarantäne aufgehoben Wieso wird es mir da noch angezeigt? Es ist angeschlossen Junge, du machst Sachen Also das hat sich dann anscheinend jetzt aufgetragen, ja? Oh 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 Ich muss nach oben, ja? Ganz nach oben oder zweite Etage? Stürzt doch! Irgendwo ist es festgeglitscht? Ich hab da noch sieben Schüsse frei! Kann es sein, dass dann auch Kapitel 7 dann zu Ende ist? Ich meine, das wäre cool. Dann wäre es ein guter Abschluss, dann erstmal das Spiel zu pausieren. Es sei denn, wie gesagt, ihr gebt mir einen Grund, warum ich das weiterspielen sollte. Weil ich, wie gesagt, den Einstand habe, dass keiner mehr zuguckt. In der Tat! Kapitel 7 ist zu Ende! Das passt ja! Erfolg freigeschaltet! SOS Wie viele Kapiteln gab es 12? 13? Ich glaube, es waren 12. Ja! Dritte! Ja! 20 Minuten ist alles genau perfekt! Ich bedanke mich, dass ihr dann zugesehen habt! Kapitel 8 wäre dann eigentlich Suchen und Retten! Wie gesagt, gebt mir mal Gründe, warum ich das Spiel nicht pausieren sollte! Also... Also warum sollte ich das jetzt nicht pausieren? Ja! Damit werde ich jetzt erstmal Dead Space beenden! Vielleicht überlege ich mich nochmal, es nicht so pausieren! Je nachdem! Aber ansonsten... Werden wir uns dann irgendwann dann wiedersehen! Wenn ich es jetzt pausieren sollte! Es wird dann definitiv irgendwann im Jahr 2019 wieder rankommen! Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt! Und dann... Sie müssen... Irgendwann... Vielleicht doch noch dieses Jahr, also noch nächstes Wochenende oder sonst was... Ach, sagen wir einfach, wir sehen uns dann irgendwann bei der nächsten Folge! Wann ungefähr die sein... Sein wird... Ob das auch noch weiter fortgeführt wird oder nicht! Werden wir sehen! Ich... Irgendwie wiederhole ich mich tausendmal! Egal! Ja! Ich sage noch Tschüß!